Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Star Wars Battlefront Let's Play auf diesem Kanal. Wir spielen heute wieder Helden bei Shurken und wir nehmen Han Solo. So, wir spielen heute auf Endor und ich bin das erste Ziel, alles klar. So, ich hoffe, wir haben kein allzu starkes Gegner-Team. Naja, wenn nicht, dann machen wir selbst fertig als Darth Vader. Ich kann mich nicht bewegen, ich kann mich nicht bewegen. Ich bin fast tot, ich bin fast tot, ich bin fast tot. Okay, Glück gehabt. Das erste Ziel ist vernichtet worden. Oh, das ist durch Luft geflogen. Nein, nein, Darth Maul, nein! Oh, der ist so stark, der Typ. So, wir müssen noch neun Mal ihr Ziel vernichten. Wenn ich nicht immer dieses Rennteil, dann bin ich schnell da vorne. Ja, hallo? Ich häng fest. Hallo? Hallo? Kannst die Bewege bewegen? Jetzt geht's. So, sehr schön. Wir wollen mal, dass mein Ziel wird besucht. Darum müssen wir zwei Türen, um ihn zu weit zu schießen. Oh, was halt ich nicht umbringt. Äh, jo. Und da ist der, der Ziel, der Sura irgendwie. Träfft ihn nicht. Kommt schon. Ich bin nicht am Ziel. Schalat. Ich geh mal ein bisschen weiter weg. Oh, da kommt irgendjemand hoch, oder? Ich werf mal dieses Zünder-Ding hin. Vielleicht klingt's was. Da kommt Darth Vader. Nee, Kylo Ren. Schalat. Ich bin schnell zurück. Jetzt ist Yoda, er kommt schon. Hilf doch mir mal! Alter, ganz ehrlich, alles muss man selber machen. Alles muss man selber machen. Wir kriegen auch gar nichts hin hier. Und so, das ist einfach der beste Held. Und Darth Maul, der beste Schurke. Find ich jetzt mal. Da ist Darth Maul, ja. Yo. Da ist Rey, da ist Darth Maul. Oh. Da ist Darth Maul. Da ist Darth Maul. Deckgeschreitert und wieder von Darth Maul erledigt. Jetzt komm schon. So, wir nehmen dieses Mal Monk Skywalker. Vielleicht ist der irgendwie besser gegen Thys geeignet. Also, im Film definitiv. Und in den Büchern auch. Mal schauen, ob's auch im Spiel so ist. Da ist, äh... Okay, das geht jetzt nicht rund. Oh Gott, nein. Nein, ich kann mich nicht bewegen, ey. Was soll denn der Scheiß? Komm schon. Jo, äh, Luke ist wohl nicht so der, der Knaller. Dann nehme ich wieder Han Solo. Der ist nämlich viel besser. Und ich bin schon wieder das Ziel. Weiß es nicht gerade noch? Egal. Ähm, jo. So, ich geh mal irgendwo hin, wo nicht so viele sind. Hier oben. Platziere hier perfekt meine... Oh, da kommt der erste. Nein, Kylo Ren. Ich kann mich nicht bewegen. Das war perfekt. Der ist einfach stehen geblieben. Hä? Okay. Nice. Da ist, äh... So, sehr schön. Habe ich gerade ne Kill-Serie. Ist das wunderbar. Er ist das nächste Ziel. Ah, da unten. Ah, Joda. Joda, Joda. Achtung, da kommt jemand. Der blockt alles. Ich bin schon wieder weggeflungen. Ich kann mich nicht bewegen. Denn... So. Äh, ja. Ist nicht so gut gelaufen. Und ich bin schon wieder das nächste Ziel. Kann es sein, dass ich irgendwie jedes Mal, wenn ich sterbe, das nächste Ziel... Naja. Versuchen wir einfach nicht mehr zu sterben. Dann. Was zieht man den? Es ist... Es ist... Es ist... Es ist... Es ist... Es ist... Es ist nicht so viele Parkverschlüsse. Es ist Darth Maul, so wie es aussieht. Doppel-Lichtschwert. Hinter mir ist irgendwas. Lauf! Und ich bin schon wieder das Ding reingrafen. Okay. Äh, jo. Ich warte einfach mal, bis die nächste Unbekrieg kommen. Ja, nice. Ich bin nicht mehr das Ziel. Wir müssen noch vier von ihnen erledigen. Dann war's das. Hier geht's nicht weiter. Jetzt hin... Da... Irgendwo, ich brauche einen Ausweg. Hallo. Oh. Oh nein. Hinter mir. Haha. Nein. Lauf. Lauf doch. Ich kann kaum laufen, ey. Das ist so eine Katastrophe. Naja. Weiter geht's. Wo ist das nächste Ziel? Da ist einer. Da ist einer. Hallo. Hallo. Ich werfe meine Bombe ran. Boom. Jetzt werde ich auch noch an der Macht hergerufen. Komm schon nicht gegen den Sith. Nein. 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 No. Wir haben so wie es aussieht einen Helden verloren oder so. Es steht nämlich 5 zu 4. Und ich bin das nächste Ziel. Ich bin irgendwo weit weg. Weit weit weg. Eine weit weit entfernte Galaxis. Ich bin das nächste Ziel. Und da kommt schon einer. Oh Mann. Ich schmeiß mal hier die Bombe hin. Ich weiß mal hier die Bombe hin. Nein. Ich kann die nicht machen. Nein. Nein Nein. Stirb. Immerhin haben wir deren Held vorher ausgelöscht. Als ich gestorben bin. Das bedeutet, wir, es steht 5 zu 3 für uns und da vorne ist das nichts Ziel. Ich glaube wir das jetzt einfach machen. Ich gehe jetzt einfach vor der Kalle rein. Risiko. Oh, sie sind runtergesprungen. Hallo, hier hinten. Na hallo, ich liebe es. Oh, das ist fast. Nein, nein, nein. Ich trage hier jetzt nicht. Das ist ein Fach. So, wir haben den Gesicht. Sehr schön. Jetzt steht 5 zu 2. Wer ist das nächste Ziel? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Egal. So, da ist noch einer. Das ist nicht mehr gebracht. Hallo, it's me again. Hallo. Was ist das Ziel jetzt da oben? Ernsthaft? Wie komme ich denn da hoch? Ich probiere es einfach mal. Hallo. So, wir haben ihn gebrochen. Oh, wir haben ihn gebrochen. Und ich habe ihn gebrochen. Wir müssen noch eins an den Ort holen. Ich habe ihn erledigt. Mein erst Feind. Jetzt schnell weg. Schnell weg, bevor ich sterbe. So, wir haben gewonnen. Nice. Dann würde ich sagen, war es das für heute. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen und einen netten Kommentar und über ein Abo natürlich auch. Und bis zum nächsten Star Wars Battlefront Video auf diesem Kanal. Ciao.